Die steirische Landtagswahl hat begonnen. Um 6.30 Uhr öffneten die ersten Wahllokale. Als erster Spitzenkandidat am Wahlsonntag hat ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit seiner Ehefrau Marianne seine Stimme abgegeben. Das sind zwei Stimmen, die jedenfalls für die ÖVP waren, meine Frau und ich. Also ein gutes Gefühl. Kurz nach 9 Uhr ist er in seinem Wahllokal in Graz eingetroffen. Ich habe seit Wochen eigentlich ein gutes Gefühl, aber man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich habe viele Wahlen miterlebt und da gibt es auch ein Aha-Erlebnis hin und wieder. Dieses Mal denke ich mir, wir haben durchaus Rückenwind vom Bund. Die Stimmung war gut. Überall wo ich aufgetreten bin, waren viele Leute. Aber das waren im Wesentlichen keine Wahlveranstaltungen, weil ich ja sowieso unterwegs bin. Und ich habe ein gutes Gefühl, ich möchte das nicht wegreden. Aber noch einmal, nichts Genaues weiß man nicht. SPÖ-Landeshauptmann Franz Vowes hat bei seinem Rücktritt 2015 den Landeshauptmannsessel an Schützenhöfer von der zweitplatzierten ÖVP übergeben. Nach fast 15 Jahren könnte die ÖVP nun wieder aus eigener Kraft Platz 1 in der Steiermark werden. Naja, dass wir weiterhin den Landeshauptmann stellen, der wird ja schon durch mich gestellt. Und das würde bedeuten, dass ich die Zusammenarbeit suche. Ich habe immer gesagt, mein Leben ist die Steiermark, Zusammenarbeit ist mein Weg. Und da zusammenarbeiten heißt auch zusammenführen. Zusammenarbeit braucht Führung und ich bewerbe mich für die nächsten fünf Jahre und ich hoffe, dass das mit dem Platz 1 gelingt.